Oh yes, this is Radio Serenity. Listen now. Durch das ganze musikalische Genre von Pop, wie man ihn heute macht, zieht und geschrieben hat es mein Producer Piet Schönflug, der dafür verantwortlich ist, dass ich auch mal einen extrem modernen Popsong gemacht habe, der so ganz weit weg geht von den ganz, ganz vielen traditionellen Sachen, wie ich es sonst so mache. Also Bandit, ein Song, der ein bisschen auch darum geht, was einem genommen wird von der Frau, die man liebt. Sie nimmt ja alles weg, deine Kreditkarte, also eine ganz banale Geschichte, keine Message, die unbedingt politisch ist, sondern wirklich mal einen Song, auf dem man tanzen kann und der auch populär nach vorne geht. Also 16.09. Radio Serenity, Sprengler auf allen Kanälen, auf allen digitalen Plattformen und vor allem auch physisch als CD. Also bis bald. Untertitelung des ZDF für funk, 2017